Sturmfest und stark, so kennt man Niedersachsen. Und gerade in unruhigen Zeiten sollte unser Land in fester Hand sein. Mit einer Regierung, die für feste Werte steht. Die in Zeiten der Digitalisierung und Globalisierung für unsere Jobs kämpft. Die jedem, unabhängig vom Geldbeutel, eine gute Bildung ermöglicht. Eine Regierung, die die Kita-Gebühren abschaffen wird, mehr Lehrer und mehr Polizisten einstellt. Die keine Schulden macht. Eine Regierung, die Niedersachsen auf einen guten Weg gebracht hat. Und nicht die Fahne nur nach dem Wind dreht. Sturmfest und stark, dafür steht die SPD. Sie haben sich eigenmächtig und ohne inhaltliche Begründung über den Willen der Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen hinweggesetzt. Meine Damen und Herren, ich habe es vorhin bereits gesagt. Auch Sie, meine Damen und Herren von der Union, auch Sie müssen sich in diesem Zusammenhang unangenehme Fragen stellen lassen. Sie müssen den Menschen in Niedersachsen erklären, unter welchen genauen Umständen der Fraktionswechsel von Frau Twesten zustande gekommen ist. Wann haben Sie erstmals über einen Fraktionswechsel gesprochen? Und wer hat diese konkreten Gespräche mit Frau Twesten geführt? Und was die Menschen in Niedersachsen am allermeisten interessiert? Was für ein Preis wurde gezahlt? Sie haben sich eigenmächtig und ohne inhaltliche Begründung über den Willen der Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen hinweggesetzt. Ich habe die Verordnete des Niedersächsischen Landtages aus ausschließlich eigennützigen Gründen die Fraktionen wechselt. Und damit die von den Wählerinnen und Wählern gewollte Mehrheit im Niedersächsischen Landtag verändert, halte ich das persönlich für unsäglich und ich halte es für sehr schädlich für unsere Demokratie. Kurz vor der Landtagswahl in Niedersachsen ernte CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann Spott und Hohn im Netz. Und das kam so. Althusmann war am Donnerstag bei der NDR-Talkshow Das eingeladen. Doch der Auftritt fiel aus. Die Begründung lieferte der CDU-Politiker auf Facebook. Althusmann postete ein Bild von der Autobahn. Dazu schrieb er, Zitat, Wir schaffen es nicht mehr rechtzeitig ins Studio. Wir sind leider nicht pünktlich aus Hannover rausgekommen, aufgrund von zahlreichen Baustellen. Schnell keimte der Verdacht, dass Althusmann nicht ganz ehrlich war. Denn scheinbar war der Trost des CDU-Mannes zuerst ins falsche Studio gefahren. Sein Sprecher musste laut Hannoverscher Allgemeiner Zeitung einräumen, dass das Team des CDU-Politikers das TV-Studio irrtümlich in Hannover vermutet hatte. Dabei steht es in Hamburg. Ein gefundenes Fressen für die politische Konkurrenz. SPD-Generalsekretär Detlef Tanke schrieb, man habe den Althusmann mal wieder beim Flunkern erwischt. Und die grünen Landeschefin Meta Janssen-Kutsch schrieb, Althusmann habe sich selbst entlarvt. Wer es nicht schafft, das eigene Fehlverhalten zu benennen und stattdessen die Baustellen in Hannover verantwortlich für Verspätungen macht, handelt aus meiner Sicht unredlich. Sturmfest und stark, so kennt man Niedersachsen. Und gerade in unruhigen Zeiten sollte unser Land in fester Hand sein. Mit einer Regierung, die für feste Werte steht. Und dafür stehe ich als Ministerpräsident von Niedersachsen. Sturmfest und Niedersachsen Sturmfest und Niedersachsen